Hallo Leute, mein Name ist Sozial-In-Stock und willkommen zurück zum Tag Sozialer Smusty-Monat, der dritte schon und ja, zurück ihr Miki. Wir machen heute den Rest des Songs, gucken wie viele wir noch schaffen können und anscheinend ist dieses komische Wiese zurück, zumindest nach Hikon-mäßig, dem nächsten Song Spring March. Ja, es ist so süße. Das ist ein Backstein, so ein bisschen hin. Das ist so süße. Das ist so süße. Das ist so süß. Das ist so süß. als wäre das Ding nicht schon creepy genug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich komme dir schnell! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist Sunset! Sunset? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, was ist das für ein Song? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das soll was Gutes passiert sein in dieser Version Gibt es hier ein gutes und schlechtes Ending? Der Song wäre geschafft! Das klang nach einem Abschlusssong Oh, ich bin schon wieder auf Ente gekommen! 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 Und ich bin schon wieder auf Ente gekommen! Und ich habe noch Sonic XC um die Ohren! Ich bin schon wieder auf Ente gekommen! Ich bin schon wieder auf Ente gekommen! Okay, diese make areaDid und ich habe nur noch 5 � crowlich gesehen. wobei ich glaube ich zwei fakes sind ja also gehen wir die letzten drei reihen und der fied an uns happening an tods loneliness ok und jones weiß ich was es ist den hätten wir uns natürlich für das finale auf also machen wir erstmal die v songs wo ich keine ahnung weiß was sie überhaupt bedeuten im letzten zwei weiß ich halt nicht ob dann alles abschmiert was ok was ist das für ein song zum beispiel mickey ist das latein keine ahnung oh Es ist der Teufel höchstpersönlich. Und ne Menge Spooky Spooky Skeletons. Ach komm schon, dafür haben sie sich extra keine Animation ausgedacht? Jetzt hab ich auch noch die erste Note verpasst. Aus welchen Cartoon kommt überhaupt dieser Teufel? Das ist bestimmt irgendeine Cartoon-Ansprung. Es gab einige Gupi-Gegner. Damals, in den 90ern. Die heutzutage niemals wiederverwendet werden. Außer mit die Epic. Wo der Mad Scientist wiederverwendet wurde. Aber damals gab es noch mehr dieser Gupi-Gegner. Vermutlich kommt dieser Top aus einem. Und schon wieder die letzte erste Note verpasst. Und schon wieder die erste Note verpasst. Die Hosentasche Die Geschwindigkeit Die Schwarzschれない Die Hüge Die Schwarzschule Aus welchen sie Die Schwarzschule Die Schwarzschule Die Schwarzschule Okay. Okay. An den Song brauche ich nicht mehr länger zu versuchen. Dann versuchen wir jetzt noch den Letzten, bevor wir Antolunius machen. Bei den letzten zwei bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, das sind wieder Absturz-Songs. Nicht eher. Okay. Reload. Scheint... Okay, der Song ist eindeutig nicht fertig. Sonst würden da Sachen auftauchen. Dann spielen wir ihn lieber nicht, wenn ich... Ich will jetzt nicht nochmal Absturz haben. Das hochzuladen dauert nämlich ein bisschen länger als andere Mods. Dann kommt jetzt Antolunius. Das hochzuladen. Dammit, dabei fehlt noch der beste Song. Moment, ich schau kurz den Namen nach. Ich schau kurz den Namen nach. Okay, ich hatte doch den richtigen Song. Allerdings kann er nur gespielt werden, wenn man ihn normal freischaltet. Schlauer Schachzug. Schlauer Schachzug-Game. Tja, da muss ich wohl sagen, dass ich damit alle möglich spielbaren Songs gespielt habe. Es ist natürlich ärgerlich für den besten Song im gesamten Spiel, aber so ist es halt. Und damit bedanke ich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Hast genau da. Und bye.